Die Bedienungen auf dem Oktoberfest sind einiges gewohnt. Dieses Jahr kam aber etwas dazu, dass eine Bedienung tatsächlich noch schockierte. Unter der Bank in einem der Zelte entdeckt sie eine Lederhose mit einer Art Windel oder Einlage im Inneren. Wie man sich denken kann, ist die Frau ziemlich angewidert und entsorgt sie mit einem Tuch im nächsten Mülleimer. Das ist natürlich unangenehm, wenn man unfreiwillig fremde Windeln findet und sie aufräumen muss. Wie man als Besucher seine gesamte Hose verliert? Das gehört wohl zu den vielen Dingen, die beim massenhaften Drogenkonsum passieren. Auf diesem Kanal finde ich etwas anderes interessanter. Wie viele Menschen sind gewickelt auf dem Oktoberfest oder anderen Veranstaltungen und was ist der Grund dafür? Selbst unter den Wiesnbesuchern wird es ja wahrscheinlich einige geben, die halbwegs Anstand haben und ihre Windel nicht vor allen anderen ausziehen. In diesem Falle haben wir es nur erfahren, weil jemand sehr dreist war. Man findet natürlich kaum jemanden, der darüber spricht. Schließlich ist es ein heikles Thema, wie wir alle wissen. Ich finde es übrigens lustig, wie auf einigen von den generierten Bildern lauter Windeln am Boden herumliegen. Das passt zum Vorfall auf dem Oktoberfest, obwohl ich das im Prompt gar nicht angegeben hatte. Sondern nur, dass die Menschen Windeln tragen. Die KI hat das wohl halluziniert. Zumindest zu einem Teil der vorherigen Fragen weiß jemand eine Antwort, von dem ich es nicht erwartet hätte. Es ist der Entertainer Joko Winterscheidt. Zusammen mit Sophie Passmann spricht er in Folge 64 seines Podcasts Sunset Club über das Oktoberfest. Joko erzählt zu Beginn, er trifft auf dem Oktoberfest immer wieder Menschen, die er lange nicht gesehen hat. Dabei ist er an anderen Tischen zu Gast und lässt sich zu Schnäpsen einladen. Dieses Jahr möchte er das in Grenzen halten, weil er am nächsten Morgen Termine hat, bei denen er sonst nicht fit ist. Bisher hat das noch nichts mit Windeln zu tun, doch ab Minute 26, 10 kommt die Wende, Joko stellt sich vor, dass er seine Vorsätze erreicht. Dafür wolle er unter anderem unter den Tisch pinkeln, wohl damit ihn auf dem Weg zur Toilette niemand zu alkoholischen Getränken einlädt. Oder, ich meine, ich bin jetzt auch ein Jahr älter, oder ich krieg's hin. Was kriegst du hin? Alles das, was ich gerade gesagt habe, einzuhalten. Also wenig trinken, nicht sich ständig auf Schnäpse einladen lassen. Ja. Das heißt, der Trick wird einfach nur sein, den Tisch nicht verlassen, unter den Tisch pinkeln, gar nicht erst gehen. Bei dem Stichwort schlägt Sophie Windeln vor. Bis hierhin ist das Ganze offensichtlich von beiden scherzhaft gemeint. Doch Joko reagiert überraschend ernst und gelassen auf die Idee, in Windeln zum Oktoberfest zu gehen, um sich die Klokenge zu sparen. Wir haben eine Windel an nachher. Ja, das ist gut, das machen viele. Das ist ganz normal, also da wirst du nicht groß auffallen. Verarschst du mich jetzt? Ja, ne? Sophie ist sich nicht sicher, ob Joko noch immer einen Spaß macht oder es ernst meint. Doch der stellt es klar. Na sicher, ich kenne Menschen, die sagen, ganz ehrlich, ich stehe vor dem Tisch nicht auf. Obwohl Joko recht wenig sagte, hat es das, was er sagte, in sich, er findet die Idee, Windeln zu tragen, gut. Den Teil könnte man noch als Ironie sehen. Was davor kam von wegen unter den Tisch pinkeln, war ja offensichtlich nicht ernst gemeint. Aber was wohl definitiv kein Scherz ist, er kennt einige Menschen, die auf dem Oktoberfest Windeln tragen, um nicht aufstehen zu müssen. Nachvollziehbar ist das. Wer viel trinkt, der muss auch oft auf die Toilette. Dass viele Menschen dafür heimlich Windeln tragen, ist mir neu. Es wäre interessant zu wissen, wer das ist, tragen diese Menschen wirklich nur aus praktischen Gründen eine Windel? Oder sind auch einige ABDL dabei, die das als Vorwand nutzen? Denkbar wäre auch, dass dies Menschen unter Alkoholeinfluss hemmungsloser werden und anderen von ihrer Windel erzählen, was sie beispielsweise in einem Freizeitpark ohne Drogen nicht getan hätten. Leider erfahren wir darüber nicht mehr viel. Sophie fehlen die Worte und dabei schaut sie wohl irritiert in Jokos Augen. Ich liebe deinen Blick. Was ist denn jetzt daran irritierend? Ich finde alles, ich finde es ganz, ähm, weißt du was, die Ebene können wir nächste Woche aufmachen, weil ich gehe heute Abend aus Oktoberfest. Ich habe mir vorgenommen, auf dem Meinde zu sein. Ich möchte jetzt nicht schon wieder so eine dumme Passmann-Soziologie-Analyse machen, was daran irgendwie beklemmend ist. Die Klatschpresse macht daraus die Ekel-Wahrheit über Wiesenwindeln. Das ist hier geschickt mit der anfangs erwähnten, unter dem Tisch gefundenen kombiniert und rutscht die ganze ABDL-Szene in ein schlechtes Licht, weil einer sich daneben benommen hat. Obwohl das wenig ist, wenn man Joko glauben mag. Laut ihm machen das viele, also hat die große Mehrheit ihre Windeln ordentlich entsorgt. Ich finde es schade, dass man das Thema damit in ein schlechtes Licht rückt. Und dass die beiden im Podcast nur kurz darüber diskutiert haben. Joko scheint das sehr entspannt zu sehen, während seine Gesprächspartnerin es offensichtlich als so schlimm empfindet, dass sie gar nicht darüber sprechen möchte. Es hätte ihr und vielen Zuhörern sicher die Augen geöffnet, wenn er darüber spricht, wie viele normale Menschen Windeln tragen. Und es auch abseits von ABDL-Gründe gibt, warum das praktisch sein kann, dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare oder kommt in meine ABDL-WhatsApp-Gruppe. Die Quellen findet ihr in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den gesamten Podcast anhören. Bleibt trocken, bis zum nächsten Mal.